Ja hallo ihr Lieben aus Mallorca und natürlich soll es auch von mir ein kurzes Video hier geben. Heute von der Tiersegnung zu St. Anthony in Palma. Ja ich habe noch ein tolles Video in petto. Wenn ihr wollt, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Ich habe noch eine andere Kamera dabei gehabt und ich kann mal noch mal vielleicht irgendwie einen Live machen über die Streaming Software oder so und euch noch mal das komplette Video von St. Anthony, wo ich heute Sven war, auch noch mal zeigen und dann könnt ihr auch Sven und mich ein bisschen in Action sehen. Wenn ihr da Bock dazu habt, dann schreibt mir gerne mal einen Anschluss an das Video, wenn ihr es gesehen habt, in die Kommentare und ja ansonsten bin ich jetzt auch ruhig und sage einfach genießt hier die Bilder von der Tiersegnung hier von St. Anthony in Palma. Viel Spaß damit und natürlich, der es so nicht getan hat. Abonnement vom Kanal nicht vergessen. Danke euch. Das stimmt. Das waren auch majorquinische drei Minuten Sven. Musik Es ist, glaube ich, kein Original-Dude-Sack. Es ist etwas Ähnliches. Es hat einen anderen Namen. Es ist etwas Spezielles von hier. Es ist also kein klassischer Doodle-Sack. Oh, wir müssen sich umdrehen. Oh ja, Dampf. Oh ja, Dampf. Oh, wir müssen sich umdrehen. Oh ja, Dampf. Oh ja. Oh ja, Dampf. Ja, ja, das Vordere ist ziemlich nervös. Sie läuft extra an uns vorbei, dass wir filmen können, das ist ja auch lieb. Ja, das ist ja auch lieb. Ja, das ist ja auch lieb. Das ist ja auch lieb. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Und ein Hallo. 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 Servus. Hallo. 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 Na, wo 어� pensar. Hallo. Mango. Hallo. 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 Der hat aber ganz schnell weggeguckt hier, der Kleine. Wasser! Wasser! Aquahua! Ja, süß! Hättest du mit deinen Katzen auch herkommen können? Ja. Guck mal, auch süß angezogen her. Guck mal! Guck mal da! Ich habe die beiden verstorbenen Katzen am Hals. Aber wie soll ich denn noch jetzt hier zwei Katzen transportieren? Ja, das stimmt. Und wenn man in die Gesichter von Herrchen und Frauen schaut, sie sind wirklich teils als wie die Tiere. Ja, absolut. Oder jedenfalls manche Tiere. Was hab ich da getroffen? Und das gehört auch mit dazu, dass man sieht das immer, Herrchen oder Traurchen filmen das auch selber. Ja. Das möchte man wirklich festhalten. Und aber auch die Dusche größer ein bisschen. Dabei könnten die einfach auf YouTube schauen bei dir. Hätten sie es auch. Oder bei dir später. Oder bei mir später. Am besten bei beiden. Oder so. Oh, er will auch nicht. Ah, ich bin. Ich bin hier drauf. Nö, ich bin hier drauf. Ja, das ist mal da drin, Herr. keine musik mehr? dudel, sag jetzt die batterie aus. wir müssen hier auch mal luft holen. auch mit schleifchen. oh fiert, kalt. oh guck mal, interessiert ihn gar nicht. da ist er wieder, der hamburger dackel. der hamburger dackel wurde auch gesiekt. die rote, kalt. so da wir einen oh, drei stück drei stück, guck mal hier man, nur wieder die Untertitelung des ZDF, 2020